ARD Text im Auftrag von Funk Wenn ihr all die Folgen nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß Saftfänger würde ich noch einbauen Wie stark ist die Libelle da? Macht schon sehr gut Damage aus, recht Bogen knallt schon gut rein Grill, was ist trockener Grasbrocken, Alter? Wo findet man das denn? Das ist das gelbe Gras einfach Wie das gelbe Gras? Gibt grünes Gras und gelbes Gras Ja, ja Das ist mir aber wahnsinnig, dass du das nach 8 Stunden nicht verstanden hast Die ganze Welt besteht aus grünem und gelbem Gras Und das ist das gelbe Gras noch nicht gesehen Das ist nicht sehr interessant Habe ich wirklich noch nicht gesehen Es gibt auch, das nennt sich Kiesel Das sind quasi die Steine Die findest du auch manchmal Ich sehe dieses gelbe Gras nicht Ich sehe es einfach nicht Das ist vor unserer Base, das ist alles voll Willst du mich verarschen? Genau vor unserer Base Ja Zeig mal eins Hier, zeig mal eins Mach die Augen auf Genau vor der Base Ich bin vor der Base Kannst auch, Romatra Ich sehe es, zeig mal Hier, unter dir Ich bin unter dir, unter dir Zeig mal Ich hau dir einer rein Ja, komm Hier vor dir Guck mal, das ist alles gelb Das ganze klasse gelb Dann sind das so ganz viele kleine Rasenstücke Und dann kannst du die mitbringen Und damit können wir die Base bone Bist deppert, Alter Okay, Mission Mission? Hat jemand eine Mission? Ja Eichel holen Eine Eichel Zwei Eicheln Für was? Für den Fänger Und noch die Kisten oben Wir brauchen Eicheln Aber die wachsen viel zu langsam nach Die müssten auch hinter dem Baum Müssten noch viele Eicheln sein Aber da sind auch ein paar Spinnen Ich weiß nicht, wie safe das ist Das klappen die Spinnen Also Eichel hole ich dir jetzt so raus Genau Ich tue euch Ich tue alles, was ihr wollt Nur damit wir schneller diese Lockdown-Sequenz machen Bitte, bitte Und du kannst G-Time fragen G-Time gibt immer wieder ein Update Wie es gerade aussieht Dann weißt du, wie es weiter geht Guck mal, Reapers Wenn du mir Saft gibst Wenn du mir noch Saft bringst Dann haben wir unendlich Essen immer, okay? Haben wir nicht Saft in der Welt? Wo die Spinnen sind Ja, da ist doch unendlich viel Saft Hier ist Saft und noch Saft Hier sind doch so riesige Saftdinger Romatra, Digga Ja, aber ich glaube, dafür brauchst du einen Hammer Oder irgendeinen Scheiß Irgendwie ein bestimmtes Werkzeug Den Werkzeug, den Kieselhammer, ja? Hab schon abgeschlagen Hab jetzt hier acht Saft, zack Ist ne Ameise Brauch auch Kiesel Ist das die normale Kiesel? Ja, geil Ich hab dir das Saft hier unten gelassen, ne? Ich hab nichts abgemacht Hier liegt noch Unsaft rum Wahnsinn Meine Farm müsste eigentlich gleich stehen Und dann kommen ja Grüsselkäfer die ganze Zeit Was ist? Kann man einfach noch eine zweite bauen? Nee, dann kommen dann diese Larven Kommen dann die ganze Zeit Nee, so wie Echt? Die Larven? Wie geil Also nicht, also diese grünen Hüpfdinger da Ah, die Läuse Ja, die Läuse Die sind aber genauso gut wie Grüsselkäfer Bitte gib mir eins Ich bin da 90 Sekunden nicht verhungert 90 Sekunden nicht verhungert G-Time, bitte Du willst von mir, von G-Time Über den du dich die ganze Zeit heute aufgeregt hast Von dem willst du jetzt ne Bloodlaus Ne gebratene Ich hätte gerne gebratene Bloodlaus, ja Danke Bitteschön Geil Ich glaube ich brauche ein paar Pilze Dann kommt ein Brüsselkäfer anscheinend Aber mir fehlt Saft, Leute Oh mein Gott, wir haben schon Meerenbrocken Ist das schon getrocknet? Haben wir in der Base noch Saft? Ja Wir bräuchten noch eine Saftkiste Oder wo tut man Saft rein? Ist das wie zu Pflanze? Gefühlt sich alles zu Pflanze Ja Sind halt auch im Garten Ja, wir können eine Saftkiste machen Warte, pass auf Boop, boop, boop Sind die schon fertig? Ne, ne? Oh, bitte tu dir in die Saftkiste ein bisschen Saft rein Ich hab bei Pflanze sind 15 Saft drin, hab ich gerade gesagt Aber Pflanze, okay Wir haben halt eine Kiste, die heißt Saft Deswegen hab ich gedacht, haben wir die benutzt dafür Aber sonst Ja, aber erst halt jetzt Die Maschine macht Pflanzenfaser 1 zu 1 zu grobem Seil Und wenn du es in der Hand craftest, brauchst du drei Wusstet ihr das? Bitte? Du brauchst drei Fasern, wenn du in der Hand aus Fasern Seil machen möchtest Aber wenn du es an der Maschine machst, brauchst du nur 1 zu 1 Das ist gerade das Wichtigste Wir müssen dauerhaft Spinnnetze betreiben Wenn ihr irgendwo noch Spinnnetze seht, nehmt die unbedingt mit Spinnnetze kriegst du immer garantiert von den Babyspinnen, die in diesen Weißt du? Kann mir einer von euch eine Grassuppe brauen? Dann wäre meine Farm fertig Eine Grassuppe, meine Farm ist fertig Eine Grassuppe Eine Sechne Ah, mein Seh Da ist die Krähe gerade Kann man ins Wasser steigen oder stirbt man da? Brauche unbedingt eine Krähenfeder Ich gehe da jetzt einfach hin Ich mache jetzt wieder den X-Trick Pflanzenprei? Matra deckt Pilzprei, geil Ist doch gut Kann sonst Matra oder so jemand, der gerade frei hat, mit mir mitkommen? Ein paar Spinnen töten, bitte Ich würde so gerne in diese Riesen-Big-Spinnenhöhle gehen Da sind bestimmt viele Spinnenweben Dann gehen wir gleich hin, wenn wir die bessere Rüstung haben Okay Oh, what the fuck? Ich muss jetzt gleich erstmal schauen, ob meine Farm funktioniert Weil dann habe ich jetzt mal keine Essensprobleme mehr Und ich auch nicht, wenn die Farm funktioniert Verbraucht die denn irgendwas oder ist die einfach so für unendlich? Die ist für unendlich Die verbraucht gar nichts Du musst halt hingehen und dein Essen rausholen Und dann musst du's essen Und ich würde da gerne Sipplein hinbauen von oben Wir müssen Sipplein zerfassen Dass wir hier für eine Base hingeklatscht haben Das ist ein Traum Ey, jetzt haben wir schon sechs Tau-Dinger Aber wir haben nicht einmal irgendwo ein Tau-Ding drin, ne? Füllt damit irgendjemand seine Trinkflaschen? Wir haben Trinkflaschenverbot Mit dem Tau hier Ich trink da immer davon Ich trink da auch immer von Und nichts in Trinkflaschen lagern, okay? Weil kann nicht sein, dass jemand zwei Sachen in sein Trinkwasser hat Und ein anderer verdustet währenddessen Ich glaube, der Erste, der eine Trinkflasche gecraftet hat, warst du, oder? Ja, warst tatsächlich du, ja Aber nicht vom Tau Du hast entdeckt Pflanzenbrei Ich bin fertig So, wir machen jetzt gerade die Blaubeeren trocknen Dass wir uns die OP-Rüstung machen können Und damit gehen wir dann los Sehe ich's richtig? Oh, da hätte ich mir jetzt eine Antwort von Gita überhofft Also, ich bin gerade im Fight Okay Aber ja, sind wir dran Er braucht aber richtig lang, um den Scheiß zu machen, ne? Naja, richtig lange Deswegen müssen wir davon zwei haben Guck mal, was man braucht, um das zu bauen Dann können wir da sonst noch eine zweite von bauen Weil diese Seidendinger brauchen wir unendlich viele Sollten wir nochmal eins bauen können eigentlich direkt Ich weiß nicht mal, wo er ist, Alter Das können wir sofort machen vom Ding her Wer das Beerenleder genommen hat, weiß ich schon mal Ich hab Beerenleder runtergenommen Damit das weiter wächst Ich will Neues drauf tun Wo sind unsere Beeren? Wie heißt die Schublade? In Pflanzen, aber ich hab die Ich bring die Hast du den Kompadierkäfer gerade getötet an der Stelle, wo der Rot markiert war? G-Tiles? Also, da war einer, ja Aber das Ding ist, der markiert das Gebiet Das heißt, wenn die dort tot sind Dann ist das trotzdem rot, ne? Ja, check ich Aber du hast da den jetzt gerade getötet War es hier vorne? Den hab ich schon vorhin getötet Der ist noch immer nicht respawned Das respawn dauert echt lange Also, ich glaub, wir haben noch eine Position Da sind drei Stück Die haben wir noch nicht gemacht Die sollten wir auch machen jetzt Damit wir einfach zwei, drei Dörrgestelle haben Ja, ja Weil das dauert bei drei Leder Also, das dauert sehr lange, bis die getrocknet sind sonst Und geht das Leder erforschen, richtig? Ja Könnte ich denn so falsch gehen? Du, das Leder auch mal in eine Extrakiste Ich will Saft Hast du eine Eiche gefunden, Reapers? Ja, drei Stück hab ich abgefarmt Vor der Base, bei unserem Aufgang, bei unserer Treppe Da ist etwas Da musst du nur einmal E drücken Dann ist fertig Bei was? Eine Eiche? Bei unserer Treppe? Ja, da fehlt eine Eiche Ich hab's, ey, ich hab's nicht mehr Ich hab's alles in die Base getan Okay Wo ist der Forschungstisch? Ich hab N gedrückt, dann war Ende im Gelände Unten beim Roboter ist das das hier? Boah, ich bin echt shit, weil ich den Forschungstisch nicht finde Ich find mich scheiße Jetzt haben wir hier zwei Webestühle, hab ich klar gemacht Im zweiten Da ist er Okay, das ist geil Brauch wir jetzt so viele Spinnenweben Hallo, hallo, hallo Du sollst mehr machen Sag, 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 sag Fertig Ich hab mein Essen so gelöscht Ich hab's so, äh, geschlungen so ein bisschen Also, ich hab's einfach quasi mit Halsmuskeln wie Kehle runtergedrückt Aber Reis muss man auch nicht kauen, oder? Wer stellt hier denn so einen Schwachsinn her? Wer war das? Was denn? Ihr stellt hier mal ganz viele Seile her Obwohl wir Seidendinger brauchen Das ist geil Digga, ich mach grad voll den Chef Strobel Hier sind meine Teller von gestern Und meine Teller von heute am Setup Wart ihr mal bei der Chef Strobel am Setup? Nee, bitte nicht Der hat da einen Teller von über einer Woche Das ist so krank Das ist eklig, Mann Mhm Der sagt ja immer, ja, ich muss irgendwie auch wieder aufräumen Wir können auch das Bärenleder in der Werkbank craften Dann kostet das aber drei Bärenbrocken, wenn wir das craften Ist nicht viel besser? Naja, wenn du trockenest, dann kriegst du eins für eins raus quasi Und bei der Werkbank brauchst du drei für eins Vorteil der ganzen Sache wäre, wir könnten direkt eine Tankrüstung machen Ich brauch Eichelschalen, wieso sind die so selten? So, was jetzt? Time Was ist der Stand? Ich hab jetzt die Rüstung gecraftet Ist fertig Wir beide Bei uns beide oder was? Äh, also ich weiß ja nicht Willst du dir jetzt auch diese Rüstung craften? Ja klar Ja, mach doch Wir an die Werkbank, da kannst du das herstellen Hast du dir denn angeschaut, welche Rüstung es alles gibt, Reap? Hast du dir jetzt gerade die falsche machst? Ich hab alle angeguckt, ja Und die findest du am besten? G, aber ja, Tank, Tankbeste, so oder so, egal was ich spiele, Tankbeste Okay Wo ist denn wir? Ich such jetzt hier selber Eicheln Die Marienkäfer-Rüstung, da hast du mehr Block-Dings Und natürlich gibt die dir nochmal mehr Schutz Marienkäfer, ja okay, Beerenleder, wo krieg ich das her? Und Marienkäfer-Kopf hab ich auch nur zwei Oh, hier ist ja geil, hier ist ja so viel Holz Kann niemand denn eine einzige Spinne hier unten töten? Ich bin der Einzige, der es nicht kann Ich brauche eine Eichelschale für die Armbrust Eine Eichelschale, das müsst ihr euch mal überlegen Ich kämpfe seit einer halben Stunde für eine Eichelschale Ich hab eine im Inventar Ja, aber geh doch einfach, also, hier hast du sie, aber Oh mein Gott, wie geil Funktioniert deine Farm schon, Rumatra? Nein, hat er gerade gesagt, funktioniert nicht Die muss dichter an uns ran Die muss dichter an uns ran Weil da hinten rendern die Mobs nicht, wo ich sie platziert hab Hier läuft gerade ein Rüsselkäfer rum Darf ich den töten, oder kann das sein, dass er zu deiner Farm läuft? Nee, tötet den Meine Farm ist zu weit weg von uns Die muss unter die Base oder so Alright, wie stellt man jetzt Pfeile her? Da Man nennt man normale Pfeile? Ey, hier ist direkt ein Marienkäfer an der Base Äh, ich klatsche ihn gerade Ich werde das nochmal so eine Wolfspin töten Haben wir noch Disteln oben? Vier Distelstacheln Das kann nicht sein, Leute Ich hab 30 Distelstacheln gebracht Und die sind weg Ey, da waren oben so viele Stacheln in der Kiste Ja, ich glaub, die haben eine Romatra Ja, ja Dann suche ich mir welber welche Marta, wir haben uns gerade mit dir unterhalten Magst du uns noch antworten kurz? Auf was denn? Auf was? Ich hatte ungefähr 30 Distelstacheln geholt Und die sind nicht mehr da Jetzt kann ich mir keinen Pfeil machen Ich habe Distelstacheln verkraftet in Pfeile Aber ich hab meine eigene eigentlich gesammelt Also bei mir ist es so, dass ich möchte Dass ihr seit ca. 2 Stunden Hinter der Base ist eine Spinne Und ich würde euch sogar echt Geld bezahlen, wenn ihr die tötet Wie viel? Sag nur Zahl Aber ist es euch egal? Das ist das Fiese Du nennst keine Zahlen, das ist das Problem Ja, weil es ist mir so wichtig und es ist euch so egal Wie kann man dir doch gerade so eine Eichelscheiße gegeben? Du sagst, du brauchst Eicheln Ich gebe dir Eicheln Und dann, weißt du, ich verstehe es einfach nicht Was habe ich denn gerade gesagt? Keine Ahnung Wie geil Das war krass, Alter Jetzt gehe ich gerade kurz rüber Sag meine Freundin, du hast ein Paket gekriegt Sag wie ein Paket Ja, von Microsoft Gucke ich rein, habe ich so eine riesen Schokolade geschickt bekommen Die aussieht wie eine Xbox Alter, was? Hau dir die rein, Mann Alter, das ist ein massives Schokoladenstück Das ist geil Hau dir die in einem Schlag rein Mach ein Video Ich esse eine Xbox auf Ich esse eine Xbox auf Ich würde es mir reinziehen Dass du mit einem Stück einfach so ein Kilo Schokolade isst In Form von einer Xbox Ich würde mir das Video so reinziehen Ich habe schon abgebissen Nein Wie hast du so schnell abgebissen von der Xbox? Hä, die muss doch noch eingepackt sein und so, oder? Die hast du schnell ausgepackt und abgebissen Ich konnte mich nicht mehr halten, weil er gesagt hat, beiß schnell ab Okay, willst du mir kurz die Scheißspinde zeigen? Willst du sie mir einfach zeigen? Ja Okay, dann zeig's Ich würde auch gerne noch jemanden mitnehmen Wir können die auch zusammen töten Und das ist eine Wolfspinde Tötet die gerade einer, ja? Die habe ich gerade getötet, die ist tot Okay, dann kommst du jetzt mit mir mit Weil dahinten können wir ganz viel Farben auch Unter Holz und das ist der Wahnsinn Ich habe wenig Essen, aber es ist egal Ich habe gar kein Essen War nicht der Plan, dass wir zur Hecke gehen wollten? Ja Du musst immer sagen, wie der Zwischenstand ist Der Rüstungszwischenstand zum Beispiel Wenn der nicht hochgekommen mag Also bin ich jetzt derjenige, der die Call skippt? Nein, nein Du musst nur sagen, wann du los kannst Wenn du los kannst, sagt jeder, wann er los kann Ja, genau Diese Spinne da unten Oh, wie viel Holz hier ist Oh Ja, die ist easy tötbar Die kommt hier wahrscheinlich nicht mehr hoch Hast du schon mal getroffen bis jetzt? Klar Nee, ich kann los Sehr gut Romatron, ich töte hier die Spinne und dann können wir auch Ihr seid also noch nicht bereit sind Nee, bereit sind wir nicht Wir müssen nur sagen, wenn wir los können Dann töten wir die Spinne und kommen dann zu euch Ich kann es nicht herstellen Warum nicht? Brauche ich eine Werkbank für? Kann man die irgendwie kritten? Keine Ahnung Aber die ist sau dämlich Ich mach euch keinen Stress Dank Ich esse noch in Ruhe meine Xbox auf Die dodged, die hat AD AD Movement Ich bin so ein Tank Ah, das geht aber nur mit einer Handwaffe Toll, du hast die Einwandwaffe natürlich Ich brauche auch eine Einwandwaffe Ich kann nicht blocken Spinnenweben ist auch stark Egal, ich kämpfe mit Faust Upsi Was wolltest du jetzt um... Klingt ja gar nichts, wenn du blockst Die Spinnenweben sind alles Oh, das ist so ein Game Changer Nimm mit, was du tragen kannst So geil, Junge So geil Okay, dann musst du mir kurz helfen, die an der Bienen hier zu töten Okay Da oben Kannst du mir aber mal Pfeile geben? Ich hab noch 40 Stück Was? Ich hab einen Sack Pfeile Das ist voll viel Willst du meinen Sack Pfeile halten? Haben? Ja, schon ein tolles Ding, du Okay Da würde ich mich sehr drüber... Oh, hier sind überall diese geilen Eicheln, Mann Jo, ich treff diese scheiß Biene nicht Mach die Spinneneier kaputt für mehr Fäden, stimmt das? Ja, Spinneneier geben immer Fäden Echt? Ja, wenn du die Viecher tötest, die da drin, die geben immer... Was ist denn da drin, hä? Hier, warte, 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 warte Hier, nimm Ich sag, nimm, er nimmt nicht Kann ich einen reinhauen? Ich hab die Massen für die mit ihr getötet, jetzt bin ich weg Oh, was ist das? Baby Spinn? Und die geben immer Fäden Netzfarben Oh, das sind ein Schlag, beide getötet Stark, Mann, Mann Und hier, warte, 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 das brauchst du auch immer, ne? Was ist das? Ja, Seidenseil halt, ne? Ja, oh mein Gott, das ist doch das Allerstärkste Die kommen da direkt schon raus Jetzt können wir zur Base gehen und nochmal Holz mitnehmen, hier Was hat denn hier Holz gegeben jetzt gerade? Ach, den Sieg, der dicke Baum Ja, da macht doch noch den Baum kaputt, hier Dann kann ich auch noch was tragen Ah, okay, dann geht der ganz, ganz Ich hab halt ein Essensproblem Was ist, Romatra, hast du Angst vor mir? Ne, ich überlege gerade Ja, sowas wie hier hinten, die Spinntöten müssen wir öfter machen Also, siehst du so stark Du hast nur ein Auge 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 Ich tank Ihr müsst schießen, ne? Ja, klar Ich hab nicht mehr zum Bogen Ich bin ein Tank Ich bin auch Tank Ich halt nur, guck mal Schieß du Ich tank Ja, sicher Okay Er hat aber Agro auf mir Treffer Auge getroffen, tot Wenn du Auge triffst, sind wir in dem Gelände Echt jetzt? Ja, ja Auge Hälfte Leben Wenn du das weiter so machst, dann sind wir bald über dem Teich drüber Nicht genug Platz Dann hab ich deinen Kopf auch gekriegt Wichtig Oh mein Gott, ich hab meine Axt geworfen Die gute Würde ich sie mal aufsammeln gehen Hab sie So wirftet ihr einfach Das würde dir wahrscheinlich auch so passieren Hätte ich sie auch nicht dagegen geworfen, wären sie sonst wo verschwunden Ja, okay, schlafen und los Ich hatte aber eigentlich auch Wie viel, wie viel von der Rüstung können wir noch machen, G-Time? Ich hätte auch gern so eine Rüstung Können wir sogar Ich kann mir so eine machen Nee, nicht ganz Geh mal ein paar Blütenblätter fahren Haben wir eh nichts zu tun, gerade, ne? Gute lieber kleinviech, damit ihr was essen könnt, direkt Oh, Essen suckt Im Game Wir spielen neun Stunden und haben Essensprobleme Fuck, oder? Schwierig, Alter Alright, let's go, let's go Wir haben es einfach Wir können los Los zur Hauptmission Hauptmission Auf geht's, Attacke Ihr müsst den Saske immer wieder rausnehmen Sollen wir so einen Weg gehen, dass wir so ein paar von diesen Bomben-Spots nachnehmen? Ja, 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 ich weiß In der Mitte ist einer, ne? Ich lauf jetzt gerade hier zu einem, wo einer sein sollte Oh geil, Holz ist nachgewachsen Holz ist nachgewachsen Ey, das Game ist so geil Das Game ist so geil Ja, der Bombenkäfer ist da Sauber, lass direkt töten Was hast du denn da für eine Waffe in deinem Rechnern, Ruth? Wir haben ja den Stachelsperr gemacht von der Biene Also meine Einhandwaffe Nicht der einzige mit der Arm aus? Kannst du machen, wir haben glaube ich noch vier von den Stacheln oder so Das kostet nicht viel Ah, jetzt ist es zu spät Die kannst du halt auch mit dem... 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 Spielhammer, immer noch Die kannst du halt auch gut... Den Hammer kannst du halt kein Schild benutzen Schild ist irgendwie voll OP Augenschuss Ja, das ist krass Ja, wie krass sind wir? Ihhh, hier ist eine schlafende Fettsackspinne Ja, ich glaube, wie die sich so zusammenkauern Ich hasse sie Olaf, Angriff auf euch Ich hab hier ein Die Zeit läuft einfach weg Hey Yo, die zwei Bombenkäfer sind hier hinten auch wieder da Sie hat mich umgenockt, what the fuck Weiter geht's Weiter geht's Ich höre, die werden genauso aggressiv und würden uns jagen Wo ist der andere hin oder habt ihr den schon gekillt? Oh, jetzt sind ja auch noch zwei Hier waren zwei, habt ihr den anderen schon gekillt? Achso, ne Ey, wie geil, das equiptet ihr Wir können ja einfach durchstompen und alles wegrasieren Ja, da packen wir ab, Alter Ja, ich muss da... Ich brauch von einem Moskito nochmal einen Stachel Sonst geht mein Schwert gleich kaputt Ja, dann lass die Mücken angreifen Hier, direkt hier vorne an diesen Dings sind welche Ja, let's go Da oben fliegt schon eine Kommt Kommt sie? Ja, ich hab die angeschossen Drecksrieche Oh mein Gott, wieso move die auch denn so? Guck mal, wie die aber auch abgeht Gute Schüsse Alter, ich hab sie getötet Okay, seid ihr ready? Bin ready Go, go, go Warte mal, was? Reparatur nötig? Ich dachte bloß, weil wir verkackt haben Weil wir verkackt haben, müssen wir das jetzt reparieren Siehst du das? Reparaturwerkzeug Ton, Ameisenbrocken und grobes Seil Laber nicht, Alter Haben wir alles nicht